Viele Omas und Mutter gaben ihren Enkeln oder Kindern oft Apfelmus. Wenn diese krank waren, auch kleinen Kindern gibt man oft Apfelmus. Insbesondere dann, wenn sie an Verdauungs- oder Darmbeschwerden leiden. Vielleicht zählt Apfelmus nicht zu deinen Lieblingsspeisen. Doch es hat viele wunderbare Eigenschaften, die man kennen sollte. In diesem Beitrag erfährst du mehr über die Vorzüge von Apfelmus. Lies weiter und profitiere auch davon. Der Apfel zählt zu den gesündesten Früchten überhaupt. Deshalb lohnt es sich, diesen in verschiedensten Zubereitungsarten zu essen. Natürlich ist er auch roh mit oder ohne Schale oder als Bratapfel ausgezeichnet. Doch heute geht es um ein Rezept. Dass du sicher aus deiner Kindheit kennst, Apfelmus. Es ist einfach zuzubereiten und bewahrt alle vorteilhaften Eigenschaften und Nährstoffe des Apfels. Dieser liefert Antioxidantien, Flavonoide und Vitamine. Er kann beispielsweise Herzgefäßkrankheiten, Krebs und anderen chronischen Krankheiten vorbeugen. Deshalb ist er jung und alt zu empfehlen. Es konnte festgestellt werden, dass die Fruktose des Apfels die Ausleitung von Schadstoffen fördert. Mit Honig und Zimt kann nicht nur der Geschmack verbessert werden, sondern auch die positiven Eigenschaften des Apfels. Dieser Nachtisch ist in jedem Alter zu empfehlen und schmeckt köstlich. Lesetipp Apfelessig Vielseitig und gesund Die wichtigsten Vorzüge von Apfelmus Der Apfel ist eine der besten Nährstoffquellen, die uns die Natur zur Verfügung stellt. Er zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus. Er verlangsamt die Zellalterung. Äpfel enthalten viel Vitamin C, das die Abwehrkräfte verbessert. Deshalb können mit einem Apfel am Tag 11% der empfohlenen Tagesmenge eingenommen werden. Was uns stark und gesund hält Kleiner als 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic Box Mittel Ab Binde Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic Box Mittel Ab 336 280 300 250 DIVGPTAD 150 33 917 43 11 12 0 Set Targeting Red Faults Set Targeting Section 5 Set Targeting URL Apfelmus lecker und sehr gesund Set Targeting Topic Default Set Targeting Mafil Type Get MRFP Set Clips Empty Def True True Ad Service Google Tag Pubatz Google Tag Enable Services Google Tag Display DIVGPTAD 150 33 917 43 112 minus 0 kleiner als 7.120.678 Besser Sizes Desktop Desktop Generic Generic 1x1 Binder Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 Besser Sizes Desktop Generic 1x1 1 1 DIVGPTAD 151 3094690767-0 Set Targeting Red Folts Set Targeting Section 5 Set Targeting URL Apfelmus Lecker und Sehr Gesund Set Targeting Topic Default Set Targeting Mafil Type Get MRFP Set Clips Empty Def True True Ad Service Google Tag Pubatz Google Tag Pubatz Clips Empty Devs Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 151 3094690767-0 Äpfel Auch durch freie radikale verursachte Zellschäden können damit reduziert werden. So kann beispielsweise die Atrophie verschiedener Organe und Zellen reduziert werden. Äpfel sind deshalb auch für ältere Personen sehr vorteilhaft. Bessere Verdauung Apfelmus liefert wichtige unlösliche Ballaststoffe. Du solltest jedoch auch die Schale verwenden, denn gerade darin sind die meisten enthalten. Es fördert die Darmmotilität und verbessert das Stuhlvolumen. Für die korrekte Ausführung der Verdauungs- und Darmfunktionen benötigen Männer zwischen 19 und 50 Jahren täglich 38 Gramm Ballaststoffe. Bei Frauen sind es täglich 25 Gramm. Lesetipp Apfelessig Vielseitig und gesund Der Apfel ist eine der besten Nährstoffquellen, die uns die Natur zur Verfügung stellt. Er zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus Äpfel enthalten viel Vitamin C, das die Abwehrkräfte verbessert. Deshalb können mit einem Apfel am Tag 11% der empfohlenen Tagesmenge eingenommen werden. Was uns stark und gesund hält. Auch durch freie Radikale verursachte Zellschäden können damit reduziert werden. So kann beispielsweise die Atrophie verschiedener Organe und Zellen reduziert werden. Äpfel sind deshalb auch für ältere Personen sehr vorteilhaft. Deshalb ist diese Nachspeise perfekt für all jene, die an Verstopfung leiden. Zusätzlich empfiehlt es sich, viel Wasser zu trinken. Für Kinder und Erwachsene, die sich von einer Krankheit erholen, ist Apfelmus perfekt, da dieses den Appetit fördert. Es wird insbesondere auch Personen mit schwacher Gesundheit verabreicht. Oder Personen, die schlecht kauen oder trinken können. Apfelmus wird auch bei Verdauungsstörungen, Bulimie und Enerexie empfohlen. Genau das Gegenteil ist bei gesunden Personen der Fall, die beispielsweise abnehmen möchten. Eine Tasse Apfelmus ohne Zucker liefert nur 100 Kalorien. Für viele ist dies genug. Um den Hunger für ein paar Stunden zu stillen. Ohne gleich wieder Gelüste auf ungesundes Nacks zu bekommen. Du kannst das Apfelmus mit einem Löffel Mandeln oder Rosinen kombinieren. So kannst du deinen Organismus gleichzeitig mit gesunden Fetten, Eiweißen und Kohlenhydraten versorgen. Und das Settegefühl hält so noch länger an. Wie wird Apfelmus zubereitet? Da du jetzt die zahlreichen Vorteile kennst, hast du sicher Lust, diese Nachspeise zu Hause zuzubereiten. Das Rezept kann einfach und schnell umgesetzt werden. Profitiere auch du mit deiner Familie nach dem Mittag- oder Abendessen von allen Nährstoffen dieses Rezeptes. Zutaten 3 Rote Äpfel 1 Teelöffel Zimtpulver 5 Gramm Am besten Ceylon Zimt 2 Esslöffel Honig 50 Gramm Zubereitung Die Äpfel gut waschen und in Viertel schneiden Das Kernhaus mit den Kernen und den Stängel entfernen Auf ein Backblech legen und 40 Minuten lang bei 120 Dezill backen. Danach etwas auskühlen lassen und zum Muss verarbeiten. Gib jetzt den Zimt und den Honig dazu, die Mengenangaben sind orientativ. Du kannst diese deinem Geschmack anpassen. Das Apfel muss in Nachtischschalen füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Man kann das Apfelmus kalt oder warm servieren. Je nach Geschmack. Du kannst die Äpfel auch mit anderen Früchten kombinieren. Feigen und Birnen sind damit beispielsweise ausgezeichnet. Da du jetzt die zahlreichen Vorteile kennst, hast du sicher Lust, diese Nachspeise zu Hause zuzubereiten. Das Rezept kann einfach und schnell umgesetzt werden. Profitiere auch du mit deiner Familie nach dem Mittag- oder Abendessen von allen Nährstoffen dieses Rezeptes. Bei älteren Personen, Kranken oder Kindern mit wenig Gewicht empfiehlt es sich, dem Rezept noch einen Löffel Öl hinzuzufügen, um die Eigenschaften zu verstärken. Wer keine Fruktose verträgt, muss auf diese Nachspeise verzichten. In diesem Fall kann man Erdbeeren, Himbeeren oder Ananas statt Äpfel verwenden und mit Reis mischen. Lese-Tipp Erdbeerwasser zur Entgiftung des Körpers Referenzen www. temperaturespe toothbrushes www.imizde L www. hire-motiv servant terap www.heter-motiv www.heter-motiv Vielen Dank. 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 Vielen Dank.